Hallo! Hallo! Ich bin's, euer Pater Lustig. Erkennt ihr mich? Ich trage heute einen Mundschutz aus Solidarität. Wisst ihr, was das bedeutet? Ich erkläre es euch. Ich möchte heute all den Menschen danken, die dafür sorgen, dass wir gesund bleiben oder werden. Das sind ganz viele Menschen, gerade jetzt in der Corona-Krise. Es sind Ärzte im Krankenhaus, Krankenschwestern, Ärzte in unseren Arztpraxen und die Mitarbeiter dort oder die, die im Rettungswagen unterwegs sind und die Notärzte, aber auch Polizei und Feuerwehr und das Technische Hilfswerk und auch die, die in den Seniorenheimen arbeiten, die sich um die alten Menschen kümmern. All den Menschen möchte ich heute danken und das mit euch. Ja, gestern hat mir Helga eine WhatsApp-Nachricht geschickt. Sie arbeitet in einem Krankenhaus und sie ist Mutter zweier Kinder. Und sie möchte einfach mal sagen, wie großartig es ist, wie sich alle dort einsetzen, für die Gesundheit der Menschen. Und das ist doch toll, oder? Und sie hat mir erzählt, dass sie immer mit Mundschutz herumlaufen muss jetzt. So wie ich jetzt. So sieht das aus. Aber ich nehme jetzt mal die Maske wieder ab. Dann könnt ihr mich besser erkennen. Wartet einen Moment. So, jetzt könnt ihr mich erkennen. Auf jeden Fall habe ich mir überlegt, dass wir für all diese Menschen ein Lied singen, weil sie für uns da sind. In den Krankenhäusern und Arztpraxen, Seniorenheimen und wo sonst noch. Macht ihr mit? Das Lied heißt Einfachspitze, dass du da bist. Vielleicht kennt ihr es auch. Ich singe es einmal vor. Eins, zwei, drei, vier. Einfachspitze, dass du da bist. Einfachspitze, dass du da bist. Einfachspitze, Gott beschütze dich. Einfachspitze, dass du da bist. Einfachspitze, dass du da bist. Einfachspitze, Gott beschütze dich. Seht ihr? Das ist doch ganz einfach. Und jetzt singen wir doch alle gemeinsam für für diese Menschen. Seid ihr bereit? Dann kann es ja losgehen. Ich zähle bis vier. Eins, zwei, drei, vier. Einfachspitze, dass du da bist. Einfachspitze, dass du da bist. Einfachspitze, Gott beschütze dich. Einfachspitze, dass du da bist. Einfachspitze, dass du da bist. Einfachspitze, Gott beschütze dich. Ja, prima. Also, allen herzlichen Dank. Danke, 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 was ihr für uns macht. Dass ihr für uns da seid. Tag und Nacht. Gott begleite und beschütze euch. Tschüss. Tschüss. Bis bald. Euer Pater Lustig. Tschüss.